Die ersten sind wirklich, wirklich flott in jeder Klasse, da braucht es einfach mehr, da muss man mehr Zeit investieren, ein bisschen mehr fahren, um vielleicht hinzukommen, aber ich denke, ich bin ganz zufrieden, außer mein Startsturz im ersten Lauf, aber ja, es macht einfach riesen Spaß und wenn Reichling stattfindet und ich bin zu Hause, versuche ich natürlich immer am Start zu stehen. Saugut, Marcel, wir sind richtig stolz auf dich und wie gesagt, der kann ja alles.